Willkommen zurück bei den Bibern, meine lieben Freunde. Ja, es ist kurz soweit. Nicht nur, dass uns das Wasser jetzt gerade eben ausgeht. Nein, es ist auch kurz davor, dass wir endlich hier oben das hier alles fertig bekommen und hier die Energie übertragen können, um Wasser zu pumpen, das wir hier dann in großem Stile einlagern können. Ich bin so gespannt darauf, wie das am Ende sein wird, ob mein Plan auch nur ansatzweise aufgeht. Ich weiß es nicht. Ich kann an dieser Stelle nur noch hoffen, im schlimmsten Falle erleben wir das Ende unserer Biber in dieser Folge. Ich hoffe es nicht. Aber es ist nicht auszuschließen in der Phase unseres jetzigen Lebens. Oh, guck mal, die haben bisher schon den ersten fertig. Hier haben wir immer noch genügend Wasser. Hier ist es schon langsam aber sicher gefährlich von der Liefersituation her. Wie viel Wasser ist hier noch drin? Noch 44 Zentimeter und hier sind es noch 65. Also das Wasser wird uns nie ganz ausgehen, so die nächsten drei Tage. Aber wir sind schon kurz davor, dass es eng wird. Okidoki. Ich denke auch, dass ich jetzt sage, dass der Kollege jetzt hier von mir eine höhere Priorität bekommt, weil der soll auf jeden Fall auch fertig sein. Denn wie gesagt, die Energie kommt ja jetzt hier schon oben an. Und auch das hier soll jetzt hier alles so nach und nach jetzt hier hochgebaut werden. Und ihr seht, da ist auch schon nicht die maximale Priorität, aber eine sehr hohe von mir ist hier gesetzt. Eine höhere Priorität habe ich hier gesetzt. Die finde ich wichtiger. Das System muss funktionieren. Und wenn der erste funktioniert, funktionieren auch die anderen. So, wir haben dann 7000 PS übrig. Natürlich, es wird reichen, um hier mehrere nebeneinander zu setzen. Um dann jetzt hier dauerhaft das Wasser hier reinzupumpen. Na endlich, jetzt ist ja die Übersetzung da. Ja und jetzt zeigt mal Freunde, was ihr hier könnt. Liefert ihr mir noch mehr Materialien? Jawohl, jawohl, jawohl. Da kommen die Metallblöcke an, von denen wir ja gerade eben mal wieder wahrlich genügend haben. Die werden wir jetzt auch alle brauchen für diese kleinen Scherze. Behandelte Bretter haben wir auch zum Glück genug. Und Zahnräder haben wir auch zum Glück genug für all das. Also diese Materialien gehen uns dadurch jetzt hier nicht aus. So, wenn der jetzt hier fertig ist, werden wir als nächstes sofort eigentlich den zweiten errichten müssen. So, 2, 3, 4, 5. Denn einer alleine, der wird hier nichts bewegen. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass einer alleine hier nichts bewegen wird. Gut, ich setze jetzt hier mal den hier auf die nächste Priorität, genau. Und so arbeiten wir uns jetzt hier so durch. So, der muss nur noch gebaut werden, ne? Er hat alle Materialien da. Und jetzt haben sie auch hier diese Linie vollfertigt. Das ist äußerst praktisch. Ich gehe jetzt hier, nee, zweieinhalb. Ähm, ich gehe mal auf Nummer sicher und gehe jetzt erstmal wirklich ganz nach unten. Oder nee, wir gehen mal auf einen Meter. Das ist das Ziel. Wir gehen jetzt hier auf einen Meter. Oder? Nee, komm, wir können auf zwei Meter hochgehen. Und ich kann es ja dann immer noch runterlassen, wenn es hier kritisch wird. Ich gucke mal gerade eben, dass ich auch nirgendwo ein Loch habe, vor dem ich mir Sorgen machen müsste. Nee, es sieht alles gut aus. Und die erste Pumpe ist ready. Jetzt braucht er nur noch Wasser, mit dem er arbeiten kann. Ich bin auch übrigens gespannt, wie lange es dauert, bis das hier sich füllt. Ich habe noch nie mit so einem großen System gearbeitet. Das ist für mich jetzt hier auch, jetzt sage ich mal wieder das böse Wort, Neuland. Es ist für mich definitiv Neuland hier gerade eben. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man es begrenzen sollte. Doch, manchmal kann man sagen, dass man dadurch vielleicht eine bestimmte Menge an Wasser noch unten lassen will. Für zum Beispiel die Benetzung des Bodens. Das stelle ich mir gerade eben durchaus noch vor, dass es einen Sinn machen könnte. So, noch einen Tag. Und wir haben immer noch, also wir haben Wassermangel. Wir haben auch schon viele durstige Biber. Ich hoffe, dass sie dabei nicht sterben werden. Es wird aber auch nach wie vor Wasser nachgeliefert. Hoffen wir mal, dass es hier nicht zu einem Massenaussterben kommt. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wenn das hier gemacht ist, werden sie sich hoffentlich komplett um das hier kümmern. Ich glaube sogar fast, dass ich jetzt hier hergehe und hier sogar jetzt hier die Priorität auf das Weiteste ist. Also noch einen Tag ohne Wasser auskommen. Wir haben es wirklich geschafft, das jetzt hier von der Zeit her so zu bauen. Also es war nur ein Gefühl, dass wir das schaffen. Ich dachte nur, dass es mit dem Wasser besser laufen würde. Gebe ich zu, da hatte ich ein bisschen mehr Hoffnung. Und diese wurde dann doch ein bisschen enttäuscht. Wir kommen manchmal sogar auf 31.000 Energie. Also im Grunde müssen wir uns eigentlich nicht so viele Sorgen machen, was die Energie angeht. Hier fehlen noch einiges an Rohholzen. Hier noch einiges an Brettern. Hier fehlen nur noch ein paar Rohholz. Genauso wie hier. Hier fehlen noch alle Bretter. Und hier fehlt noch alles. Aber ich mache mir deswegen keine Sorgen. Okidoki, okidoki. Fast fertig hier. Nur noch 0,6 Tage. Da hat auch keiner jemals wieder versucht, irgendwie was zu bauen. Die sind alle hier gebunden. Komplett sind die hier gebunden. 0,5. Noch ist keiner verdurstet. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Na also. Dann fehlen noch jetzt die da. Komm. Sieht's schnell hoch. Ich will jetzt, dass es jetzt hier schnell fertiggestellt wird. Und danach sollen sie sich komplett um diese Dinger hier kümmern. Hier liefert noch mal einer jetzt hier in seinem Schneckentempo. Hier fehlen noch drei. Hier fehlen noch fünf. Hier fehlen noch ein paar Bretter. Drei Rohholz. Ja, die Bretter waren schnell hier. Es sind wie immer die Langsamen, die uns jetzt hier daran hindern. Oh je, kann das sein, dass das Wasser... Ja, das Wasser ist weg. Ab jetzt ist das gesamte Wasser weg. Mhh. Aber jetzt kommt's. Ich bin gespannt. Wie das jetzt hier gleich aussehen wird. Kommt schon, Freunde. Kommt schon. Das Dumme ist, wir werden erstmal hier viel Wasser drin haben. Aber es wird noch wenig hier rüber kommen. Davon mache ich mir gerade eben echt Sorgen. So, höre mal das jetzt hier noch schnell. Warum braucht das so lang? Dann wieder ein paar so ganz, ganz lahmarschige hier. Also ich meine, es wird keine Katastrophe sein, wenn es jetzt mal komplett überläuft. Also wenn es so viel reinläuft, dass es komplett überläuft, schwappt es ja auch da rein. Deswegen setze ich jetzt hier dann doch nochmal... ...das hier auf die Maximalhöhe. Für kurze Zeit. Dann muss ich gleich, sobald Wasser da drüben ist, aber noch ist da ja keins, anfangen. Hier muss nur noch jemand fertig bauen. Und hier brauchen wir noch sechs Materialien. Also wir sehen jetzt, es füllt sich. Das ist eine Menge Wasser. So, jetzt fehlt nur noch der hier. Sechs Rohholz bitte liefern. Hier fehlt noch ein behandeltes Brett und vier Metallblöcke. Die haben wir alle. Das dauert bloß ewig, bis sie geliefert werden. Der Witz ist jetzt wahrscheinlich, wird der ja sogar noch vorher fertig gebaut. Wir sehen, dein Schlauch geht bis hier. Also es wird noch eine Menge Wasser hier ins Land gehen, bevor es hier rüber gepumpt werden kann. Ich habe gerade echt Angst, dass Biber jetzt hier... Ja, jetzt wurde schon die Zucht gestoppt. An der Stelle waren wir schon mal. So, lieferst du jetzt hier die restlichen Bretter? Nein, es fehlen immer noch drei. Also der hat jetzt alles. Dem fehlen noch ein paar Zahnräder. Der hat fast alles. Dem fehlt noch ein bisschen was. Ich bin gespannt, wie viel Wasser man einlagern kann. Also wie viel Wasser da kommt. Immer noch drei. Moment. Ich sehe, dass ich hier nochmal ein paar Sprengungen vornehmen kann. So. Nachdem ich das jetzt hier gesprengt habe, kommt das jetzt hier weg. Weg. Und wir sprengen auch das jetzt hier nochmal um drei in die Tiefe. Hier wurde gesprengt. Oder wird gesprengt, besser gesagt. Und das hier wegmachen. Dann spreng ich hier auch nochmal zwei tief. Noch pumpt der kein Wasser. Beide noch nicht. Oh man. Beeilt euch. Beeilt euch. Wir brauchen dann gleich nochmal so eine Pumpe hier. So. 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 Und so. Das ist jetzt einfach die Aufgabe, die ich denen jetzt hier gebe. So, es sind schon drei da. Also die werden auf jeden Fall jetzt hier gleich genügend Wasser überproduzieren. Also jetzt haben wir hier die höchste Priorität. Für die Dinger hier. Und wir machen jetzt hier die nächste höhere für die da. So gespannt, wenn das losgeht. Hier fehlt immer noch was. Ey, wie lange kann das dauern? Wie hoch ist das Wasser jetzt schon? Es ist noch lange nicht so hoch. Aber es ist kurz davor, dass die jetzt hier Wasser abbekommen. Ja, einige von euch verdursten jetzt schon. Wir erleben jetzt hier den Dursttod der ersten Biber. Das ist echt doof. Dinge, die mir echt Sorgen machen. Aber ich habe es ja befürchtet. Ich habe ja gesagt, ich wette nicht darauf, dass es keine Verdurstungen gibt. Oh, die Biber droppen jetzt hier gerade eben echt übel. So ein Mist. Oh, das ist die Katastrophe am Ende. Oh Gott, oh Gott. Oh, endlich. Ach, guck mal hier. Diese Animation ist gar nicht so aufgebaut, dass sie so weit runter gehen kann. Die Entwickler haben nicht mit meinem Irrsinn gerechnet. Das kann ich euch an dieser Stelle schon mal jetzt hier absolut sicher sagen. Okay. Also, ich befehle jetzt sofort jetzt hier natürlich, dass ihr die hier alle wieder pumpen dürfen. Vielleicht können wir die meisten noch retten. Oder zumindest grob die Hälfte. So, seht zu, dass ihr die alle hier noch baut. Hallo? Ja, da ist jetzt eine Menge Wasser drin. Hier kommt jetzt auch Wasser an. Jetzt bin ich gespannt, ob es hier gleich dadurch hier wieder eine Überschwemmung gibt oder nicht. Wir sind unter 400 Biber gefallen. Es wird eine Weile dauern, bis wir diese Bibermengen wieder erreichen. So, es sind schon fünf Pumpen am Start. Die sechste ist gleich soweit. Das Wichtige ist halt, dass dieses Wasser jetzt hier halt nicht so schnell abhauen kann, ne? Ja, die kommen jetzt hier alle hier ran und können zumindest grob ihren Durst schon mal stillen. Und trotzdem verdorsten hier gerade eben immer noch welche. Biber sind anscheinend keine sozialen Tiere. Und lassen lieber ihre Kumpel verdorsten. So, was sagt die Energie? Die Energie sagt, es ist noch im Rahmen. Es ist noch im Rahmen. Es sind immer noch einige Verdorsten. So, aber ich kann ja noch mehr von denen jetzt hier bauen, ne? Also das wird hier genau die Menge sein, die ich bauen kann. Von der Energie, die wir haben. Und ich hoffe einfach, dass es dadurch genügend ist, was ich hier reinpumpen kann. Aber nach wie vor scheint so zu sein, dass die hier den Bedarf von denen hier nicht decken können. Irgendwann mal muss es halt hier anfangen. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Kommt schon, baut weiter. Hier fehlen noch zwei Metallblöcke. Ich meine, wir haben Metallblöcke. Die beknackte Nummer ist ja, dass wir theoretisch eigentlich den normalen Biber gar nicht bräuchten. Wir könnten alles mit den Robotern machen, aber das wollen wir ja nicht. Hier fehlen nur noch ein paar behandelte Bretter. Ja, die bringen jetzt hier die letzten beiden Dinger jetzt hier ran. Also halten wir mal fest, es ist auf jeden Fall unnötig aufwendig, was ich hier getan habe. Und inzwischen ist hier wirklich viel Wasser drin. Ich bin mir überlegen, ob ich eine Notfallmaßnahme einrichten sollte. Aber diese Notfallmaßnahme könnte halt auch extrem gefährlich werden. So, jetzt pumpen wir schon sechs rein. Die Notfallmaßnahme würde vorsehen, dass ich hier die oberste Reihe so von acht Stücken nebeneinander aufreiße und sofort mit Schleusen versehe, wisst ihr? Dass ihr schon mal dann Wasser reinrollt, bevor es hier rausrollt. Ich glaube, das mache ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, das ist der Plan. Und dann ziehen wir das jetzt hier so durch. Das hier natürlich alles ganz unten. Das hier wird dann die nächsthöhere Priorität jetzt hier. Damit hier das Wasser, wenn es jetzt hier gleich so weit oben ist, und das ist jetzt gleich so weit, hier komplett reinrollt. Später würde ich das sogar noch erweitern, um das auch auf diese Dreierhöhe zu setzen. Aber ich wusste ja noch nicht, dass das hier nicht so gut funktioniert, wie gedacht. Ich werde dasselbe dann auch noch auf der anderen Seite noch machen müssen. Oh, ich sehe, was das Problem ist. Oh, shoot. Das Wasser rollt da hinten raus. Ja, okay. Hey, ähm, wieder was gelernt gerade eben. Du, 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 du. Ey, ganz im Ernst, dann werde ich jetzt hergehen und werde das wirklich jetzt schon auf der Dreierhöhe machen. Du, 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 du. Maximale Priorität. Es wird, es wird eine Überschwemmung aus der Hölle werden. Ich sage es euch. Es wird eine Überschwemmung aus der Hölle. Aber wir brauchen das Wasser jetzt. Und es wird auch eine Weile dauern, bis es reinläuft. Das ist das Gute daran. Und vieles davon wird ja auch abgepumpt. Okay, okay. Es sieht auf jeden Fall cool aus, wie dieser Wasserfall hier runterfällt, ne? Aber mehr kann ich dazu halt auch gerade eben nicht sagen. Also wie gesagt, auf der anderen Seite werden wir dasselbe machen müssen. Ich weiß bloß nicht, wie ich die Energie darüber übertrage. Der erste ist jetzt hier schon fertig. Gut. Das heißt, ich setze jetzt hier nochmal komplett alles so runter. Ich habe halt einfach Angst, dass alles hier wieder überschwemmt, ne? Das würde uns halt auch wieder zum Teufel schicken. Aber das Beste ist, dass wir jetzt hier das meiste Wasser hier eingelagert haben. Das Einzige, was mich nervt, ist, kann ich irgendwie versuchen, das Wasser... Ne, ich glaube, das geht nicht. Man kann auf den Dingern hier nicht bauen. Das ist natürlich jetzt hier der kleine Downer an meinem Plan. Man sieht, ne? Dass jetzt halt hier viel Wasser hinten rausrollt dadurch. Und dass sich das kaum verhindern lässt. Aber hey, grundsätzlich... ...haben wir jetzt eine Menge Wasser? Die unteren Wassermengen müssen wir dann halt in Zukunft noch anders bekommen, ne? Also da sind wir leider noch ein gutes Stück davon entfernt, die nutzen zu können. Ähm, ich erkläre euch mal gerade eben, was der Plan wäre. Der Plan wäre, dass ich dann hier erstmal diese Hilfsstützen wegmache und dann hier ein bisschen terraforme. Und zwar so, dass ich hier quasi sechs Felder nach oben gehe, auf diese Höhe. Und dann ein anderes System genauso mache, dass das Wasser sozusagen von hier da hochgehievt wird. Also hochgepumpt wird. You know what I mean. Das wäre jetzt hier so mein Wunschtraum. Aber bis jetzt... ...pumpen die hier so viel Wasser raus, dass es geradezu erschreckend ist. Also, wie sieht's jetzt hier aus? Das ist gerade so jetzt hier ausgeglichen. Und wir sind... ...grad mal einen Block hoch. Erschütternd. Oder die andere Planung wäre... ...ähm, aber die ist nochmal ein bisschen bescheuerter, dass wir unsere Wasservorräte direkt hier drin jetzt sammeln. Das würde dann aber bedeuten, dass wir die Metallblattformen hier reinbauen müssen. Und dass die dann quasi je nach Stufe freigeschaltet würden. Was aber auch nicht unbedingt mein Plan wäre. Der Witz an der ganzen Sache ist, Leute, in diesem Patch 6.0 wird das alles sehr viel einfacher. Wisst ihr warum? Da gibt's nämlich solche Flüssigkeits... ...ääh... ...sperren. Und du kannst einfach sagen, ja, die sollen halt einfach Wasser durchlassen, bis auf der anderen Seite so und so eine Wasserhöhe da ist. Das heißt, ich hätte hier unten auf der gesamten Höhe dann diese Wassersperren hingemacht. Und dann hätte ich gesagt, äh... ...ja, also wenn hier jetzt, keine Ahnung, 5 Meter reicht, dann lass kein Wasser mehr durch. Dann hätte ich mir diesen ganzen Hackmack hier ersparen können. Das wäre der Gag gewesen. Aber den werden wir so wohl noch nicht so schnell erleben. Also zumindest nicht mehr in diesem Let's Play, weil das ja technisch nicht möglich ist. Okay, es scheint aber sich jetzt hier so nach und nach jetzt hier alles aufzubauen. Und eine andere Sache will ich auch nochmal gucken. Ich mach ja immer noch nicht genügend. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ähm... Ich sag jetzt denen hier, sie sollen mal für mich bitte... ...detetetetetet, das hier nochmal schnell bauen. Ich brauch nämlich noch mehr... ...ähm... ...Wissenschaft. Das Hauptproblem wird sein... ...die Energieversorgung. Also im Grunde momentan, ne, die Energieversorgung ist immer noch höher als die Nachfrage. Aber es ist und bleibt halt ein Problem Okay, inzwischen haben wir hier wirklich viel drin Saugeil viel Wasser hier drin Und wir haben jetzt hier auch schon Fast drei Blöcke angehoben An Wasser, es fehlen nur noch zwei Und wir haben, naja, wir haben 200 Biber verloren 220 Biber Wir haben mehr als die Hälfte gerettet Ihr seht, die sind auch nicht mehr durstig Das ist alles total toll Und das hier wird jetzt auch alles gerade eben noch gefüllt Hier bleibt bei 65 Zentimeter Die pumpen hier alle wenig geschätzt Oh Gott, eine Faulwasserflut Das heißt, dass ich muss, bevor die Faulwasserflut losgeht Das hier schließen und das hier aufmachen Das wird ein Naja, es wird kein Spaß Es wird eher anstrengend Wow, wie voll das ist Heftig geil Unsere Wassermengen Sammeln sich jetzt an Tja, die Frage ist Ist das jetzt ein Happy End Das werden wir gleich sehen Wenn wir die Faulwasserflut noch überstehen können Wisst ihr, was mir halt echt fehlt? Ein Gefühl dafür Wie viel Energie die Wie viel die wirklich Pumpen hier Ihr sollt nur normales Wasser pumpen Bitte kein Faulwasser Der Witz an der ganzen Sache ist Dass wir dadurch halt hier auch die Kontrolle Darüber hätten, wie viel Faulwasser hier reinkommt Oh, warte, warte, warte Ne, wir haben immer noch einen Block An Höhe frei Es ist der Wahnsinn Ich habe mal gerade eben noch mal ein Screenshot für das Thumbnail gemacht Das muss jetzt auch mal sein Weil es gerade eben hier so schön läuft Ich liebe es, das mir gerade eben anzugucken Das ist voll cool So, wie weit seid ihr jetzt hier? Ihr habt geteraformt Gut Dann sorgt mal dafür Dass wir jetzt nochmal einen weiteren Zahlen-Jongleur jetzt hier hinbekommen Auch wenn der ganz schön Energie fressen wird Aber wir sehen ja, dass unsere Wissenschaft runtergeht Und das ist ja auch keine Lösung auf Dauer So, Moment Zack Hallo Hallo Hä? Warum kann ich denn diesen Modus nicht verlassen? Jetzt endlich Also wir sehen, es läuft auch nicht über Ich hatte Angst, dass es überlaufen könnte Deswegen habe ich das hier so gebaut Aber es passiert nicht Apropos Dinge, vor denen ich Angst habe Ne, hier ist auch alles gut Hier ist alles gut Gar kein Problem Es gibt hier keine Überschwemmung Also auch hier so ein kleines Happy-End-Feeling An der Stelle Oh So viel zum Thema Happy End No No Ich muss hier schließen Ich werde jetzt hier das hier öffnen Und das hier schließen Harre, 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 Harre So viel zum Thema Happy End Kacke Wie hoch sind wir denn hier? Äh, ich stoppe euch mal gerade eben Zwei Stück von euch Ja Blüm gewesen Also lassen wir mal jetzt hier wieder weiterpumpen Gucken mal Ob die das jetzt hier Also wie viele ich von denen hier brauche Bevor es hier dann wieder zu einer Überschwemmung kommt Also halten wir mal fest Es ist wirklich viel Wasser, was da kommt Abartig viel Wasser Habt ihr jemals so viel Wasser besessen? Ich weiß es nicht So, das läuft jetzt hier alles wieder Halt, ne, warte mal Ich lass mal hier noch weiterlaufen Die sind ja hier wieder gedroppt Vieles ist ja hier rüber geschwappt Und hier sind wir ja noch gar nicht auf den Sollhöhen Also die pumpen jetzt hier erstmal fröhlich nochmal weiter Aber ich glaube in der Kombination mit dem hier War das eine ganz, ganz gute Idee Ja gut, Freunde Ich dachte eigentlich, dass wir dadurch jetzt hier nochmal eine weitere Folge bekommen Aber ich würde jetzt momentan weitgehend Davon ausgehen Weil die Faulvasernummer haben wir dadurch jetzt ja jetzt hier auch im Griff Das hier ist jetzt erstmal Ein vorläufiges Happy End für die Biber Ein vorläufiges Ah, hier gibt es nochmal eine kleine Überschwemmung Das heißt, ich muss das jetzt hier wieder ablassen Ich kann euch jetzt schon sagen, ne, dass das Ganze wahrscheinlich dann mit Patch 6.0, bei dem ich immer noch nicht weiß, wann der kommen wird Deutlich geiler sein wird Also die bauen da nochmal ein paar richtig coole Spielmechaniken ein Und ich habe vor euch das auf jeden Fall auch zu präsentieren Ich weiß halt nur nach wie vor auch noch nicht Ich weiß halt nur nach wie vor auch noch nicht genauso wenig wie ihr, wann dieser Patch kommen wird Vielleicht ist er schon da Zu dem Zeitpunkt, wenn dieses Video kommt Vielleicht kommt er aber auch erst im September oder Oktober Ich weiß jetzt momentan nicht, wann die Entwickler Normalerweise ihre Patches bringen Aber ich bin auf jeden Fall dabei Und ich hoffe ihr ebenso Wir haben es geschafft, dieses riesige Reservat zu bauen Wir haben es leider nicht geschafft Die tausend lebenden Biber Aber wir hatten tausend Biber Und wir würden da auch jetzt über kurz oder lang wieder hinkommen Da bin ich felsenfass fest davon überzeugt Vor allem, weil jetzt hier halt einfach die Engstellen weg sind Und jetzt, wo das jetzt halt einfach geschafft ist Gibt es relativ wenig Was mich davon abhalten könnte Das nächste, was ich noch machen würde Wäre jetzt wahrscheinlich diese Faulwasserquelle Jetzt hier zu domestizieren Um hier noch die Energie da rauszuholen Weil das ist die, die wir ja noch am ehesten erreichen können Es gibt zwar da auch nochmal eine Aber die würde nicht so viel Energie produzieren Hier gäbe es auch nochmal eine Also aus meiner Sicht wäre natürlich dann die hier Die beste Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal meine Aufnahme Das können wir an dieser Stelle beenden Und wir werden ja sehen, ob dieses Let's Play noch weiter geht Aber von meiner Seite aus ist das jetzt ein Punkt An dem ich zufrieden sein könnte Wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ginge Wenn diese Folge kommt, wohlgemerkt Also wenn die Entwickler sagen würden So, es ist soweit Dinge Passieren In diesem Spiel Danke für eure Aufmerksamkeit Macht's gut Schöne Zeit Tschüss und Ade